Farben sind nicht nur warm und kalt, sie sind auch heller und dunkler, gesättigt und entsättigt. Im Farbkreis siehst du die reinen Farben miteinander gemischt. Dementsprechend sind sie ziemlich leuchtend. Von jeder Farbe gibt es aber Varianten. Zum Beispiel kennst du ganz sicher die klassischen Pastellfarben. Pastellfarben kommen dadurch zustande, dass die reinen Farben mit Weiß gemischt werden. Farben können aber auch mit Schwarz gemischt werden. Diese Farben würde man wohl heutzutage als Moody bezeichnen. Mit Grau gemischte Farben sind auch etwas gedämpfter Uhu, aber sie sehen nicht ganz so düster aus wie mit Schwarz gemischt. Jetzt kommt der große Trick. Wenn du ausschließlich Farben aus einer dieser vier Kategorien benutzt, passen sie automatisch besser zusammen. Pastellfarben sehen zum Beispiel immer zusammen gut aus, während eine mit Schwarz gemischte Farbe daneben etwas grobschlechtig daherkommt.